Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP mit der Haltepunktanlage Anlage Haltepunkte, ne ich seh jetzt einfach mal Heute werde ich schon mal die Ah, ich glaube ich muss ja mal die Textur wieder ein bisschen austauschen ein bisschen weißer machen, das ist so ein hellblau, das gefällt mir nicht Das kann ich aber nur selber machen Ich hatte es schon mal gemacht, da muss ich dann mal schauen, wo die Texturen sind Ich habe das nämlich mal neu installieren müssen, weil das nicht ganz hingehauen hat Also Neuinstallation, da hat er mir aber auch die Texturen überschrieben Ich hatte da schon eine privat angepasste Textur gemacht Hier werde ich mal die Gleise jetzt noch bis zum Ende der Anlage verlängern Bzw, ich werde hier noch eine größere Kurve einbauen Den hier bis zum Ende geht So und das Gute ist, durch diese Einstellung Winkel und Weil ich Winkel hier Gleislänge und Radius Kann ich hier ganz einfach Die Gleislänge verändern Und der Radius bleibt Gleich Ich bringe den Vorteil Dass ich jetzt Die Gleislänge Variabel dann anpassen kann So jetzt brauche ich nochmal die Schottertextur Dann mache ich hier einmal komplett den Gleis hier entlang Habe ich wenigstens die Gleisanlagen mehr bis zum Ende geführt Kann ich jetzt auch ungefähr mal abstecken Wie groß die Anlage mal werden soll Also wie viele Maximum Heute ein kleines Längel verbaut wird Und wie breit ich die Anlage überhaupt bauen werde So dann kann ich ja hier schon mal den Bremsbrellbock einsetzen Mache ich mal ganz einfach Erstmal muss ich hier den Das Gleis hier mal austauschen Das ist 10 Meter lang Nochmal um 10 Meter verlängert Dann habe ich hier ungefähr die Genau Position die ich haben möchte So Bogen war ich jetzt erstmal wieder vollendet Und die werde ich nochmal um 1 cm absenken Und hier kommt dann nämlich den Bremsbrellbock hin So unter Gleis Zubehör Mal sehen Entweder den Oder den Oder den Ich nenne den Dann muss ich halt bloß noch abschätzen Wo der Hinkommt Jetzt ist das Moment den Koordinaten versuchen So die nächste Koordinate ist dann 9,57 Okay das ist noch zu hoch So passt und dürfte auch nicht ins Lichtraumprofil reinragen Ansonsten verschiebe ich den halt noch ein Stück Dann kann ich das Gleis hier mal entfernen und das hier nochmal auf entsprechende Meter verlängern So dass das dann so aussieht So und dann kann ich mich jetzt eigentlich nur daran machen jetzt die Steuerung festzulegen Die Routen festzulegen Überhaupt mal eine Steuerung aufzubauen Die Fahrleitung jetzt zu kompletieren Signale aufstellen Obwohl das könnte ich eigentlich schon machen So Werde ich dann links beginnen und dann nach rechts durcharbeiten was die Signale betrifft Hier könnte ich zum Beispiel nicht schon eine Blockstelle einrichten Könnte sogar funktionieren Muss ich da mal schauen So das sind hier 200 Meter möchte ich natürlich als eine Art Mindestabstand einhalten Nehmen wir das Gleis hier Drehe das einfach mal ein Stück um So und jetzt kann ich nämlich die Signale akkurat parallel zueinander setzen Ich werde hier KS-Signale Also Kompakt-Signale einsetzen Nach dem Standard der HL-Signale Also ein Ich glaube das dürfte tatsächlich DDR Sein Also von der Reichsbahn Mit den Signalbildern Hoffe ich jetzt mal zumindest dass ich da jetzt richtig liege Ich habe noch nicht gespeichert Was ist denn hier heute bei mir los So Und das sind dann sozusagen die ersten Signale die ich einsetze Das sind die Einfahrsignale Und ja Muss ich das hier bloß noch auf den Bremswegabstand einstellen Das wären dann 100 Meter 50, 200 400 400 Das sind die 500 Meter 600 Also 1000 Meter sollten es für mindestens sein 100, 700, 800 Wir wären dann hier am Ende der Brücke 900 Hier sind 1000 Meter Ich hoffe mal ich habe mich jetzt nicht verzählt So Jetzt haben wir hier die Einfahrsignale mitsamt Vorsignalen Jetzt erst mal in die Richtung weitermachen Siehste Hier an der Stelle Sagen wir mal ungefähr hier Jetzt wieder die Gleise mal drehen Das dürfte in 3D eigentlich kaum auffallen Ah kaum Wenn man es weiß Dann sieht man es Ansonsten nicht So Ich werde diese hier nehmen Bei den mit dem Unterstrich W Die haben ein Vorsignalwiederholer mit drin Wo ich an der Stelle eigentlich nicht Und bei diesem RM Beziehungsweise LM Bei den Einfahrsignalen war das der Fall Das bedeutet dann halt bloß Dass das ein Ausleger ist So Auslegermast Und der Buchstabe davor Vor dem M Geht dann an Ob der rechts vom Gleis steht Oder links vom Gleis Und GM Ist dann Einfach nur Gittermast So jetzt brauche ich einen mit Mit dieser Anzeige für Gegengleisfahrt Dann einen mit festmontiertem ZS3 Ups da ist mir einer mit Wiederholer untergekommen Die Wiederholer haben in der Regel Keine Induzi-Magneten Oder PCB-Magneten Und ein sichtbares Vorsignal Haben die nicht Vielleicht mache ich es so Wie auf der Bundesbahnanlage Da mache ich ja auch Diese Funktion der Überholung Mal sehen Vielleicht werde ich das hier auch Mit einbauen Das sind die Hier in der Mitte Werde ich natürlich noch ein bisschen Weiter wegschieben Falls mal auf Wald stehen sollten Mit der Zug da nicht Da hier in der Mitte Mit 140 durchfährt Nicht abrupt Abgebremst wird Also Erstensignale stehen schon Gut Was ist aber erstmal Von der heutigen Folge Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Und tschüss Bis zur nächsten Folge Von EEP Bis zum nächsten Mal